Hallo Freunde, hier ist wieder der Pillemann. Heute lackieren die Äste. Erklären Sie kurz, was Sie gemacht haben bis jetzt? Ich erkläre gar nichts, das kannst du erklären. Ich glaube, es geht los hier, jedes Mal die Scheiße da. Vor allem wenn man die anreden, hier ist der Pillemann. Na Siggi? Pillemann, Pillemann. So, also hier wird Calibra B, nee A, 2,6 LEH, Kofferraumklappe lackiert. Wir sind jetzt am abschleifen, jetzt wird noch ein bisschen gespachtelt. Amethyst Metallic, glaube ich. Oh man, die glänzt immer noch. Oh was die glänzt, da musst du nochmal drüber gehen. Die glänzt nicht mehr. Ihr habt ja eure Rechte an mich abgetreten? Ja, ihr habt ja drin was unterschrieben, als ihr reingekommen seid. Alles klar. So, das war die Erste. Also, ciao.